Im weit entfernten Reich des Königs Mercur de Bilar hat er den besten Freund, den Meister des Moonwalks, Cecho, getroffen. Cecho hatte angeboten, den Clown nach Hause zu begleiten, da er wusste, wie gefährlich es in diesem Wald war. Denn in diesem Wald lauert ein grässliches Monster. Uuuuh, wacker, 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 wacker. Das ist nur gruselig, wenn es dunkel ist. Das gilt auch für dich. Nun waren die beiden auf dem Weg zurück zu Alvidas Schiff. Also erstens bin ich kein erfolgloser Clown. Zweitens brauche ich niemanden, der mich beschützt und bestimmt nicht den da. Und drittens, meine Mutter war eine anständige Frau. Er hat nichts über deine Mutter gesagt. Oh, noch nicht, aber er wäre bestimmt noch dazu gekommen. Deine Mutter interessiert mich einen Dreck. Dein Vater hingegen? Du, du, du. In diesem Moment, bevor sich der Clown noch weiter aufregen konnte, betrat ein Kind den Ort des Geschehens. Ja, ein Kind. Das saugst du dir doch nur aus den Fingern. Nein, schau, da steht es. In diesem Moment, bevor sich der Clown noch weiter aufregen konnte, betrat ein Kind den Ort des Geschehens. Ja, ein Kind. Steht da ja tatsächlich. Oh, Checo, schau, ein Kind. Ja, aber bloß nur ein Mädchen. Was heißt hier nur ein Mädchen? Ich verbitte es mir, auf mein Geschlecht reduziert zu werden. Ich bin genauso gut wie der Mann. Bin ich sogar besser. Du bist blöd. Chinesische, Japaner, Eule, Beule. Du Artist. Du. Du. Du Witzfigur. Tja, wer ist die Witzfigur? Aber wenigstens sind wir, über 18, männlich und weiß. Uns gehört die Welt. Ihr werdet es schon noch sehen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Du wirst es schon noch sehen. Bei mir hatte noch nie jemand was zu lachen. Als Checo den Klauen berührte, überkam ihn ein Feuerwerk an Emotionen. Er streichelte dessen starke Schulter. Buggy wandte sich langsam seinem Wohltäter zu. Leise hauchte er den Namen seines Gegenübers. Checo erwiderte die einzigen Worte, die sein Herz in einem solchen Moment zuließ. Ich muss gehen. Ich habe mein Haus brennen lassen. Hey, das war so nicht ausgemacht. Komm sofort zurück. Niemals. Was bilden die sich eigentlich als wertlose Frau zu beschimpfen? Ich werde es ihnen schon noch zeigen. Ich werde ihnen beweisen, dass ich genauso stark, nein, stärker bin als sie. Ich werde sie besiegen. Ich werde Rache nehmen. Rache. Hört ihr? Rache. Ähm, wo sind sie hin? Allwieder Schiff, blaue Lagune. Beeil dich. Sie legen um 20 Uhr ab. Rache. Und was sollte das jetzt? Sie haben meine Szene ruiniert. Das geschieht ihnen ganz recht. Man ruiniert meine Szene nicht. Hey, du Göhre. Was machst du auf meinem Schiff? Das hier ist Piratbesitz und kein Spielplatz. Die Schaukel und die Rutsche gehören Buggy. Also verzieh dich oder ich hole meine Mama... Mämmen. Äh, meine Männer. Männer? Immer nur Männer? Gibt es bei Piraten keine Frauenquoten? Mit Leuten wie dir werden wir Frauen immer in dem Ruf stehen, das schwächere Geschlecht zu sein. Was? Also du verziehst dich jetzt und spielst woanders. Dann haben wir kein Problem miteinander. Und wenn ich mich weigere? Versuch's doch. Unterschätz mich nicht. Denn mit meiner Farbpower habe ich es geschafft, die größte Bestie des Waldes zu unterwerfen. Ich wähle dich. Pac-Man. Waka, 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 wakka, waka, mam. Einige Minuten später erreichte auch Buggy das Schiff. Miss Gold выпukahte sich als Vase getarnt, um im richtigen Moment zuzuschlagen. Bin da, wer noch? Oh Gott, allwieder! Was ist passiert? Wie siehst du denn aus? Waka Na, du hast wieder zugenommen Waka Naja, nicht so schlimm, sei nicht traurig Waka, waka Aber warum bist du auf einmal so gelb? Waka, waka Versteh schon, kann dem Besten passieren, aber sonst geht's dir gut? Waka, waka, waka Hey, kein Grund, nicht aggressiv zu werden Das riecht noch härger und es kommt noch härter Waka, waka, tschuuu Du? Ich hab gleich gewusst, dass du dahinter steckst Was hast du mit allwieder gemacht? Das ist nicht allwieder Nicht? Naja, jetzt, wo du sagst, aber man muss schon zugeben, also die Ähnlichkeit, also die ist verblüfft Hör auf zu quatschen Wir zwei haben noch eine Rechnung offen Pac-Man, Zeitag Waka, 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 waka Oh nein, mein Milchgeld Und jetzt, gib ihm den Rest Pac-Man, Biss Waka, waka, waka Dem hat wohl Der Biss gefehlt Waka, waka, waka Danke, danke Danke Einige Minuten später in Peckmans Magen. Ich hatte schon alles probiert, aber nichts hat geholfen. Doch dann habe ich die Lösung gefunden, Teufelsfrüchte. Damit habe ich mit nur einem Bissen 100 Kilo abgenommen. Oh mein Gott, das ist doch nicht zu fassen, Alvida. Doch, Miss Valentine. Das mache ich jeden Tag, Alvida, mehrmals, wenn ich will. Aber Miss Valentine, wie stellst du das denn an? Dank Teufelsfrucht kann ich mein Gewicht nach Belieben verändern. Aber das ist doch nicht möglich, Miss Valentine. Du glaubst jetzt bestimmt, dass ich dafür mindestens 10 Teufelsfrüchte täglich brauchen werde. Aber nein, dem ist absolut nicht so. Denn das ist ja gerade das Innovative daran. Dafür brauche ich nicht 10, nicht 5 und nicht 2 Teufelsfrüchte. Eine einzige Teufelsfrucht reicht völlig aus. Und die habe ich bereits vor Jahren gegessen. Und sie hat ihre Wirkung bis heute nicht verloren. Der Hersteller verspricht eine lebenslange Garantie. Oh nein, du hast den Shoppingkanal erwischt. Schnell, schalt um. Ist der gut, ist der gut. Wo ist die Fernbedienung? Zieh endlich. Das ist go, nicht stop. Oh Mist. Wieso muss ich ausgerechnet mit dir das große Brett anfangen? Jetzt sitzen wir schon seit Stunden hier. Rhabarber, 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 rhabarber. Go Stein, flieg und sieg. Verdammt. Und da meint mein Geister verstehen was von go. Na nein, eben anders. Go Stein, flieg und sieg. Uah, Pac-Man-Sauber. Ach, gewöhn dich dran. Schau mal, wir haben alle Magensäure in den Schuhen. Ziemlich voll hier. Aber was bitte haben die hier zu suchen? Das ist unser Magen. Verzieht euch dahin, wo ihr hingehört. Wir haben das gleiche Recht, hier zu sein wie ihr. Habt wohl keinen Plan, wer wir sind. Seid ihr taub, doof oder blind. Wir sind die Bösen im Stück. Also viel Glück. Habt keine Chance zu bestehen. Zeit zu gehen, auf Wiedersehen. Ey, bildest du dir ein, das sei euer Magen. Wir müssen doch nicht euch um Erlaubnis fragen. Ihr Penner, ihr habt hier noch lange nicht das Sagen. Ihr könntet uns doch nicht mal in den Battle schlagen. Ich bin Buggy, der Clown. Ich werde euch verhauen. Auf mich stehen alle Frauen. Auf mich stehen auch die Männer. Halt die Fresse, du Penner. Ey, du hast doch keinen Schiss, dich zu plamieren. Doch mit so einem schlechten Kiss wirst du sicher verlieren. Deine Nase ist rot, deine Hose ist voll. Deine Bitches sind scheiße, meine Homies sind toll. Strohhut, Bande in the house. Und ihr Versager fliegt raus. Jetzt hör mal zu, Mr. Bushido. Deine Reime sind schlechter als die von Cido. Das ganze Meer zieht über euch her. Ich zeige euch, wie man es richtig macht. Ohne, dass jemand über euch lacht. Inne, Anne, uh, du dumme Kuh. Inne, Minne, Mecki, ihr müsst jetzt weg. Käpt'n, Käpt'n, wir werden angegriffen. Die Kengoden! Der Ausgang! Beeilt euch, der Ausgang! Lebt! Moor! Einige Minuten zuvor. Er war eigentlich auch am gleichen Ort, nur irgendwie außerhalb von Pac-Man. Miss Golden Week und das grauenhafte Monster waren bereits dabei, ihren Sieg zu feiern, als sich ihnen plötzlich ein strahlender Ritter in goldener Rüstung in den Weg stellte. Was willst du? Ich habe keine Ahnung. Er wollte seinen geliebten Clown noch nicht aufgeben und musste einfach ausziehen, um ihn zu retten. Ausziehen? Ich werde mich hier bestimmt nicht ausziehen. Nein, doch nicht jetzt. Auch wenn mir der Gedanke daran gefällt. Aber das kommt später. Das ist jetzt aufs Topic. Also, verzweifelt suchte er nach seinem Seelenpartner. Ja, ähm, wo ist eigentlich Pagi? Irgendwo zwischen dem Ösophagus und dem Duodenum dieses Pacus Manus. Bitte wer? Der Tenor des Tanzers konnte seinen Gefährten nicht finden, da dieser bereits Minuten zuvor von der gar grässlichen Kreatur gefressen wurde. Nun kämpfte der Harlekin im Inneren der abscheulichen Bestie ums nackte Überleben. Ki-nackt? Ah, er wurde gefressen. Sag das doch gleich. Du hast es also herausgefunden, Mr. Bond. Jacko, nicht Bond. Jacko. Du hast es also herausgefunden, Mr. Jack. Oh. Und was nützt du das jetzt? Es ist bereits zu spät. Dein ach, so geliebter Clown wird in diesem Moment von Pac-Mans Magensäure in tausend Stücke zersetzt. Und du wirst ihm gleich folgen. Dann ist die Welt endlich von dekadenten, sexistischen Männern wie euch befreit. Ähm, hallo? Dazu kommen wir noch. Hey, ich bin vielleicht dekadent und ich bin vielleicht sexistisch, aber ich bin garantiert kein... Äh, was war das dritte? Also, ich habe ja keine Ahnung, was das alles hier zu bedeuten hat. Aber wenn ich eines weiß, dann, wie man jemanden manipuliert. Sieh mich an. Walker. Du bist fett. Walker. Und hässlich. Walker. Du hast gerade die Legende von da angesehen. Eins, zwei, checko!